In Hell's Kitchen herrscht Ehr und Gelassenheit. Mein Puls ist jetzt weit über 180. Harmonie. Sauberkeit. Sieht ja aus, ey. Wie in einem Affenscheißhaus hier. Qualitätsbewusstsein. Da reicht nicht mal eine Sechse aus. Zuversicht. Und jetzt? Jetzt nehmen wir uns alle in den Strick und erhängen uns. Frank Rosin schickt Pominente durch die Hölle. Das sieht so ein bisschen aus wie Dresden nach 1945. Den Kochen. Das Krieg. Hell's Kitchen. Ab 7. Mai um 20.15 Uhr in Sat.1. Welche Pommes kommen in Teufels Küche? Jetzt schon herausfinden auf sat1.de slash hellskitchen. Ist das doch schizophren? Warum redest du mir denn dazwischen oder muss ich dir wieder einig knallen? Ich bin wieder in Herstreich. Vielen Dank.